Wieder kann ich euch ein ganz tolles Projekt vorstellen hier für das Jahr 2023. Wir sind in Sindia, das ist in der Nähe von Dakar in Senegal und hier ist eine Ziegel- und eine Pflastersteinfabrik und wie ihr hinter mir seht, laufen hier zwei große Dieselgeneratoren jeweils mit 220 kVA und verbrennen hier ungefähr Diesel für 5.000 Euro pro Monat. Und Africa Green Tech wird diese beiden Dieselgeneratoren abschalten und die Emissionen komplett abschalten und durch eine Photovoltaikanlage ersetzen, weil das Tolle an dieser Anlage ist, dass sie nur am Tag betrieben wird. Wir brauchen hier auch keine große Batteriekapazität, wir werden trotzdem einen Speicher einsetzen als Puffer. Aber dieses Projekt, an dem könnt ihr euch dann in Kürze auch wieder beteiligen. Wie ihr seht, das ist aktiver Klimaschutz, wir schalten Dieselgeneratoren ab und ersetzen sich zu 100% durch erneuerbare Energien und ihr seid dabei.